Start at Shooting Car! 6 feet 7 inches! Nummer 5! Hallo Sportfreunde! Ich, euer Teller-Fan, begrüße euch wieder einmal zu einer weiteren NBA-Ausgabe. Und wir sind heute dran gegen Brooklyn. Und die Alice ist auch mal wieder vor Ort, aber wir hören sie nicht, denn ich habe ihr Mikrofon ausgefaltet. Das kann sie sicher sonst wohin. So, was haben wir denn hier? Okay, die Punkte von Ihnen hier? Nicht schlecht. Immerhin. So, mal sehen, ob uns heute hier ins Netz gehen. Ha, 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 ha. Eieiei, hast du das letzte Spiel gesehen, ey? Das war ja mal bis zur letzten Minute richtig eng gewesen, ey. Da habe ich mal erfahren, wie das heute ist hier. Im Smoothie King Center, ey. So, Problem hier im Angriff. Nein, er hat den Ballwecken, der große da. Immer sind die Köpfe im Wege, ich kann gar nicht lesen, wer das ist, aber egal. Oh, was macht er hier? Er dreht sich. Nein, der kriegt ihn rein. Krieg hier Brooklyn ihn rein. Das sieht nach einem 3er aus, im Moment. Oh, ui, da springt er von dem Rand da wieder zurück. Der ist doch so. Jawohl. Erstmal zwei Punkte. Okay, letztes Mal haben wir die anderen in Führung gegangen. Und die sind mal gegen Wien Führung. Ja, mal hin. Und die haben einen, zwei, ja. Da ist aber alles nett. Wettgegangen. Hohohoho. Ja, wir wollen es versuchen in 3er, aber... Na? Okay. Okay. Letztes Mal, das letzte Spiel, da waren wir lange Zeit hinten. Haben dann irgendwann aufgeholt. Und dann gab es immer wieder mal Gleifstadt hier, Gleifstadt da. Ui! Und jetzt sind wir hier mal mit hier zwei Punkte vorne. Und greifen immer gut an. Nein, auch nicht reingekriegt. Okay. Das Brooklyn wieder hier im Gegenangriff. Von rechts, nein, jetzt wieder von links außen hier. Aus dieser Sicht. Hier sind wir hier im Mittelfeld. Er mogelt sich durch. Oh, ich kriege ihn rein. Jawoll. 4 zu 4. Da, 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 da. Nummer 3. Na, wieder Nummer 3. Ok. Ok, noch 7 Sekunden. Ui! Er hat sich aus der Luft geholt und hat ihn aus der Luft dann reingemacht. Das war ein Luftball. Ohne lang. Ohne lang. Ohne lang. Ohne lang. Was macht der? Ui! Das war ein guter Dreier. Und der war gut durchgekommen. Der war weit vorne. Das war kein Abseits. Hahaha. Hätte man da beim Rollen. Time out. Hätte man beim Fußball gedacht, weil der dort vorne war. Aber egal. Durch ist durch. Und drin ist drin. Und die Tatsen haben ihren harten Hülschen. Was ist das für ein Tanz? Ich weiß es nicht. Vielleicht der Spaghetti-Tanz oder was auch immer. So. Und Brooklyn ist am Ball. Hätte man. Nei, nicht rein gekriegt! Lalalala! Lalalalala! Lalalalala! Was macht der? Abgeben! Der ist zu weit! Ui! 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 paul ok da bedeutet mit sicherheit ausgleichen wieso 2 ein buch reicht doch oder nicht da ging vorbei alter da ging vorbei wieso komplett angelaufen muss dann mal oder was oder hat er dort alter und der ist aber drin 88 ok eine minute und sieben sekunden noch der ist doch drin die uhr steht okay nach dem her war doch kein time out auch ausgleich 10 zu 10 ok nach ihm doch ein ja wenn der so dicht am kopf steht nicht dann muss ich noch ein kriegen war da gut gemacht bravo das klappt 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 der krieg den rhein alter wo die pelikane der macht auch in 3 jahr wird die köln das kostet voll lange menschen wo er war denn noch zehn sekunden mit denen ich mir so nach hätten laufen können also ok und 0 naja wenn der so er von der einhälfte darüber und wenn der mal reingehen würde hier noch mal ein paar wiederholungen und hier noch eine da sind bei ok leute das war die erste hälfte das ist ja kaum zu glauben du kannst aber kurz was drücken hier wir hören hier nicht beteiligt wir haben immer mit einem punkt vorne das ist ja gar nichts da haute einmal also hast guckt jetzt mal ja warm der haut in den ball wenn es ist ja wohl ich denke ich bin ja handball oder was naja mit der hand spielen wir ja aber okay ich darf einwerfen na gut guckt ja mal den alten vogel da das ist ja gar nicht so so hier ach komm ich wollte gerade werbung hier wird man ein bisschen vogel angucken ok abgegeben hier hallo die medienball auch knapp da rein nein kühlen blockiert hier da halten wir doch nicht fest hier äh äh oh oh ja ja das ist das ist das ist das ist die sie herrlich okay zwei vorne drei vorne ok Dann müssen wir jetzt auch einen Dreier machen, komm. Oh ja, gut, Zweier ist im Moment auch gut. So, die dürfen wir jetzt keine reinbekommen. Dann müssen wir doch mal einen Dreier machen, dann sind wir auch wieder vorne. Nehmt den Ball weg, die hauen einen in die Hand, ja, dann können wir das auch machen. Wir haben noch große Flügel hier, wir Pelikane. Okay. Im Moment wieder drei. Mal einen guten Wurfen kriegen und schon haben wir wieder Ausgleich. Hey, nein. Das war im Moment nichts. Jetzt geht's hier wieder zurück. Oh, Ball verloren, Ball verloren. Er hat ihn aber wieder. Hey, hey. Zweimal noch. Oh, 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 oh. Da verliert der Spieler den Ball und dann kriegt er den wieder und, äh, ja. Mach den dann noch rein, ey, was für ein Glück. Okay. Ah, Mann ey. Von drei auf zwei, dann wieder von zwei, äh, einmal nicht, dann wieder auf drei. Oh, 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 er kommt zwar gut durch. Oh, 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 oh er fummelt hier er fummelt da fummelt in amerika siehnte krücken zu werfen die kommen wir dich da dran nein wir führen okay jetzt ging aber hier in führung jetzt gehen die nach vorne los leute das könnt ihr doch mal er wollte ihn so von hinten übernommen und er überhaupt ja ich kriege sie auf dem buch hier ein nach den anderen reine natürlich sagt man geht noch doch mal dass er jetzt noch aufholen wo alle das viele andere beginn ab ei 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 18 zu 27 das will ich gar nicht wissen oh je oh je oh gott was das ist ein ganzes komm mal weiter hier buka bakka buka bakka buka bakka wo sind wir nicht so gelandet in griechenland oder was und nein ja meno macht doch mal hier drei punkte die pelikaner die gehen immer weiter weg wir müssen aufholen ein dreier geht es nur noch acht punkte mensch rosa hier setzt sich hin wenig mein kopf da an den rücken ja ist dadurch ja aber er hat ihn reingekriegt da war es nur noch sechs punkte aber ja er lässt den ball einfach fallen denke ich auch so ein miss nein die bombe der blaue nein jetzt kommt und dann rein das ding da er hat ein 3 und noch mal 392 3 für noch da zum ausgleich und hier ist kein reinkriegen wir machen noch ein 3er und das könnte auch zwar kein reinkommen wir machen jetzt mal zwei jahre du sollst er zu nahe der ist das geht nicht durch lockere ihn in den ball weg ja jetzt hier kommt der tag zurück abgabe eine kleine drehung oder wie auch immer vorsichtig ins aus war ein guter wurf und oder wahlkoller rr 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 ein aber ich erne mann und noch mal das gibt doch nicht ja natürlich das musste ja kommen und ein timeout der pelikaner nur eine hatte das gesehen hätte bei oben gegen nein nix der nächste oben gegen nein nix und dann noch mal nein nix dreimal er da reingehen können 1 47 50 uhr hei 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 jetzt meist doch Nein, da ging ich nicht rein. Oh je. Der ist doch durch. Hier sind ich wieder drei Punkte. Unglaublich. Aber was machen die jetzt hier? Die Omas. Äh, ich meine die Optahoma. Dann haben wir auch noch mal einen Angriff hier. Jetzt müssen die Werfen. Nein. Aber die haben ihn noch. Eieiei, gefährlich. Das ist jetzt gefährlich. Oh, ja, natürlich der ist so nah und frei. Das ist doch mal länger. Ah, hier ist noch wieder fünf Punkte. Gut gedreht, aber was nicht das? Er versucht es. Nein. Och, komm, was soll der Kack, ey. Da hat er nicht geschmissen, ey. Ja, wenn der so frei steht und die hauen wieder ab, ey. Sieben Punkte, das ist doch wohl nicht wahr, ey. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Wie soll das jetzt noch werden in der letzten Hälfte? Wie soll das denn? Eieieiei, was ist denn das für eine Wiederholung? Ah, blockiert, geblockt. Wie auch immer. Ich habe Bock auf den Block. Gut, ne? Das legt es aus. Wir gehen nach Haus. Ah, ja. Nee, komm, mach mal länger. Jetzt kommt das auch noch. Mit diesem Nintendo Logo da. Ja, schön, dass ihr das zeigt, aber das Spiel soll doch jetzt weitergehen. Da, 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 da. Okay, Oklahoma. Oklahoma, mach, nein, Oklahoma, mach. Was machen die? Einen Zweier. V, ach komm, V, ey, das ist doch nicht möglich. Oh. Ihr seid so behämmert. Ja, ja, jetzt hau ich wieder ab, wenn die zweimal treffen. Das ist doch nicht möglich, ey. Ah, ah, ah. Oh, okay. Eieieiei. Okay, sechs Punkte jetzt auch, ey. Aber, das geht an der Menge und her, und dann können die wieder haben. Oh, Ball verloren. Nicht gut. Und der ist, ey, 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 ey. Okay. Nee, das kriegen wir nicht mehr hin. Die sind jetzt zu weit vorne. Das wird nichts mehr, das sehe ich jetzt kommen. Auch wenn man noch über vier Minuten Zeit hat. Das wird nichts mehr, Leute. Die Pelikaner sind heute abgestürzt. Äh, da geht am besten immer nur Ball wegnehmen und dann sofort wieder Gegenangriff, aber... Man sieht es auch, die kriegen wieder mal einen rein hier. Das bringt nichts mehr. Ihr könnt auch geben, Leute. Ich mach besser wie jetzt einen Satz stimulieren, aber ich glaub nicht, dass ich da noch dran komme in 3,40. Und wir sind wirklich durch, also, jeder ist das Laufen, hau ruck. Und die Zeit läuft. Ja. Es ist unglaublich. Alter, was die da bauen? Komm, komm, steht auch noch da rum. Zian Williamson. Und die Linie von Wood. Aha, er darf werfen. Ist ja interessant. Wow. Ich sehe den Kulten vor Ende gleich dann. Und was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt kriegt er den, kriegt er den. Ich blockiere ihn mit, aber ich mache hier keine Handbewegung, sonst geht es wieder Foul. Komm, ich stehe hier im Wege. Und der kriegt ihn doch, Alter, das ist doch nicht möglich. Auf Null kriegt er ihn rein. Was für ein Idiot, ey. Das darf nicht wahr sein, ey. Oh, Alter, das war so, also noch knapper ging's da wohl nicht. Alter. Da denken sie zum ersten Mal, kriegst du auch einen Gleichstand hin. Und was ist? Die Zeit ist um 0, 0, 0, 0, 0. Nichts mehr übrig. Und dann schmeißt er den noch und kriegt den rein. Alter, ich flipp aus, ey. das darf doch wohl nicht wahr sein das kann ja auch nicht wahr sein na gut so dann spielen wir nächstes mal gegen memphis ok leule euer telefon sagt dann besser wie es mal macht gut und bye bye